Hallo liebe Camper aus Dinkelspül. Ich wollte euch mal ein kleines Abendvideo präsentieren, weil wir hier ein interessantes Fahrzeug haben. Ein Rollerteam Sephiro Plus mit Dieselheizung, wie wir sehen, das sieht man am Kamin. Also richtig tolles Fahrzeug, wo wir gerade in der Werkstatt haben. Der ist nagelneu und wir haben jetzt gerade schon wieder Hand angelegt. Den haben wir jetzt angefangen und da wollte ich euch einmal mitnehmen und zeigen, was wir alles dran machen. Ich habe jetzt hier eine Videoleuchte angesetzt, weil die Batterie ist abgeklemmt. Fangen wir mal hier in der Heckgarage an. Hier haben wir zwei zusätzliche Steckdosen verbaut, weil hier war gar keine verbaut. Also mussten wir hier zwei Steckdosen verbauen, weil hier kommen nur zwei E-Bikes rein, die dadurch geladen werden sollen. Und darum kamen hier die Steckdosen noch rein. Das war mal das erste. Dann wird verbaut. Gehen wir erstmal hier auf die Produkte ein. Die haben wir hier liegen. Von der Firma Victron, der MultiPlus Kompakt mit 2000 VA, 12 Volt, 80 Ampere Ladestrom, weil das ja MultiPlus Wechselrichter inklusiv Ladestrom ist. Dann haben wir hier das Bedienteil für das Gerät, wo man dann auch die Landstrombegrenzung einschalten kann, den Wechselrichter bedienen kann. Dann haben wir hier einen Solarregler dementsprechend, einen MMPT-Regler, wo wir dann die Solarplatten noch dementsprechend mit aufsetzen. Und hier haben wir noch den Batteriecomputer mit Shunt, wo dann dementsprechend auch noch verbaut wird. Insgesamt kommen vier Solarmodule noch aufs Dach und das wird alles hier reingebaut. Und natürlich auch noch zwei Lithium. Und jetzt nehmen wir euch mal mit rein. Bitte nicht erschrecken, das schaut alles noch zerlegt aus, was es auch ist. Hier haben wir gerade die 230 Volt Verteilung aufgemacht, weil wir ja die Netzvorrangschaltung dementsprechend installieren müssen. Und wenn man den Wechselrichter installiert, installieren wir den ja so, dass man auf alle vorhandene Steckdosen und die, wo wir noch zusätzlich einbauen, natürlich 230 Volt haben. Wie ihr seht, wir kleben immer alles sauber ab. Auch die schönen Tische und Flächen werden sauber abgeklebt. Der Boden wird sauber abgeklebt auf den Laufflächen und auch teilweise Möbel, wo wir halt arbeiten müssen. Da wird immer sauber abgeklebt. Hier in dem Fach, keine Angst, das ist nicht von uns, sondern das ist serienmäßig. Den Zwischenpoten haben wir gerade rausgemacht, weil da sind wir gerade am Kabelziehen. Weil hier jeweils unter dem Beifahrersitz und hier unten unter dem Fahrersitz, da haben wir es schon drunter, wurde eine 200 Amperestunden Liontron verbaut, wie wir das sehen. Und hier rechts neben den Liontron am Beifahrersitz wurde noch ein Ladebooster verbaut. Hier liegt noch der Temperatursensor, wo dann noch verbaut wird. Und hier gehen dann die ganzen Kabel durch, bzw. die alten müssen raus, weil vorher war unterm Sitz das vorhergehende Ladegerät verbaut, was wir ja rausgeschmissen haben. Und jetzt eben durch diesen Ladebooster und den Victron ersetzen. Darum müssen die Kabel anders gezogen werden. Die alten müssen wir rausziehen und neue müssen wir reinziehen. Und dann wird das Fach auch gleich ein bisschen aufgeräumt, weil das schaut so fürchterlich aus. Geht eigentlich gar nicht. Dann haben wir hier hinten, ich drehe mich hier mal rum, hier sehen wir dann noch die 12 Volt Verteilung. Das ist das Kästchen da hinten, wo die ganzen Kabel reingehen. Das haben wir gerade mal vorsichtig auf die Seite gelegt, weil das oben auf dem Zwischenboden montiert ist, der ja gerade rausgegangen ist, damit wir eben hier unsere ganzen Leitungen durchziehen können und die alten, wo man nicht mehr braucht, eben rausziehen können. Das wird nur ein schönes Fach mit einer schönen Arbeit. Und dann wird hier natürlich auch noch zusätzlicher Fi verbaut, nach dem Wechselrichter. Und zwischen Wechselrichter und Batterie natürlich auch noch eine dementsprechende Sicherung. Ja, dann kommt einmal hier oben noch eine Steckdose. Hier haben wir schon eine, aber der Kunde möchte hier auch noch eine haben. Dann kommt in dem Oberschrank hier außenliegend noch eine Steckdose mit 230 Volt. Das heißt, wenn das Hubbett nach unten geklappt ist, dass man gut an die Steckdose ran kann, damit man auch hier was anstecken kann. Ladegerät, Handy, Tablet, was auch immer. Und dann gehen wir hier hinten weiter. Hier werden die zwei Displays verbaut. Einmal Wechselrichter, einmal Batteriecomputer. Und hier hinten haben wir auch schon alles offen, wie ihr seht, weil auch hier oben, also sprich, da haben wir gerade schon ein Kabel durchgezogen. Unten, wo das Plus steht, soll nämlich unter dem Hängeschrank auch nochmal eine 230 Volt Steckdose und eine 12 Volt Steckdose installiert waren. Dann kommt hier auch nochmal eine 230 Volt Steckdose und hier unten ist normalerweise ein Doppellichtschalter. Da liegt hier die Blende, die haben wir gerade abgemacht, wo die Rückbeleuchtung hier hinten für das Bett schaltet. Und diese Nachtbeleuchtung, das sind diese blauen LEDs, aber das war zusammen auf einem Schalter. Und das werden wir ändern und werden dieses getrennt schalten. Also da müssen wir noch einen dritten Schalter reinmachen, um dass die Nachtbeleuchtung separat geschalten werden kann, weil das ist ja ein bisschen ungünstig, wenn die Nachtbeleuchtung mit der Ambientebeleuchtung geht. Macht ja eigentlich nicht wirklich Sinn. Und darum werden wir das trennen, wie der Kunde das auch möchte, damit das sauber funktioniert. Ja, und dann kriegen wir eben noch die vier Solarplatten aufs Dach. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Da haben wir die Dosen für die Garage durchgezogen. Die waren dann wieder sauber geblendet. Da wird das Blech wieder drauf gemacht, damit das wieder sauber ist. Ja, hier haben wir die Dusche. Wobei aufs Fahrzeug möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, weil das kommt dann noch von unserem Camper Tobi. Der war kürzlich nämlich hier. Und bevor wir das zerlegen angefangen haben, hatten wir hier eine kleine Roomtour, hat er eine kleine Roomtour gemacht, um das Fahrzeug euch zu zeigen und aufzunehmen. Das ist ein vollintegrierter, also ein richtig schönes Auto. Also ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. Und nach den Umauarbeiten sowieso, weil da hat er dann richtig Dampf. Und mit zweimal 200 Amperestunden Lithium mit 2000 WA-Wechselrichter, also ungefähr 1600 Watt. Also da kommt richtig was rum. Da passiert richtig was. Und mit den ganzen zusätzlichen Steckdosen und Möglichkeiten, da wird das technisch gesehen, ich denke, ein richtig schönes Fahrzeug. Da haben wir richtig was vor. So, jetzt nehme ich euch mal wieder mit raus. Der Kunde hat sich, oder sage ich jetzt einmal absichtlich, für den Multiplus von Victron entschieden, weil er danach einmal noch weitermachen möchte. Also er möchte auch mal dieses GX Touch eventuell verbauen und so weiter. Und das sind natürlich tolle Features bei Victron, wo man dementsprechend supergut alles auslesen kann und dementsprechend programmieren und anschauen kann und sämtliche Gerätschaften anschließen kann. Also das macht schon auch wirklich Spaß. Und da sind die Geräte schon richtig toll. Und ja, dann verbauen wir das natürlich auch. Und hier nochmal das Seitenprofil von dem Fahrzeug. Also richtig schick. Was mir ganz besonders gut gefällt, ist die Front, muss ich sagen. Also die finde ich auch sehr gelungen. Jetzt schauen wir, ob wir die ein bisschen... Genau, so. Also die ist auch sehr schön. Kommt richtig gut rüber. Und das ist ein tolles Auto. Ja, wie werden wir weiterverfahren? Also morgen kommt die Innereien alle rein, sag ich mal. Morgen kommt der Wechselrichter rein, kommen die ganzen Kabel und so weiter. Damit wir da weiterkommen. Dann wird die Solaranlage aufgeklebt. Dann muss er nochmal herin stehen bleiben, damit er natürlich schön trocknet. Weil das bei dem Wetter natürlich so eine Sache ist. Da muss das natürlich alles Hand und Fuß haben. Und ja, dann schließen wir das Fahrzeug ab. Und dann sind wir da auch schon wieder fertig. Jetzt zeige ich euch mal kurz, was wir noch für alles draußen stehen haben. Gehen wir mal kurz vor die Türe. Weil wir haben nämlich hier, haben wir noch einen stehen. Ein Frankia, ein bisschen älteres Modell. Der hat uns als Notfall erreicht, weil hier ist das Schloss kaputt. Lässt sich nochmal verriegeln. Das ist natürlich ganz böse. Das müssen wir natürlich absolut ändern. Da haben wir schon die ganze Türverkleidung zerlegt. Und dann haben wir auch entsprechend schon die Teile bestellt. Damit er natürlich nicht so Eich eingefriert, nicht wundern. Wir haben die Heizung laufen bei den Autos, damit da alles schön warm bleibt drin und nichts kaputt geht. Und auf der Seite haben wir unseren Detlefs. Der kommt dann Mitte der Woche wieder dran. Da bauen wir hier wieder weiter. Weil da sind jetzt auch wieder etliche Teile gekommen, wo wir hier wieder weitermachen können. Weil da kriegt ihr noch einen neuen Wasserhahn und Wechselrichter und alles Mögliche. Da werden wir hier weitermachen. Schaut mal die schönen Dacheissapfen. Wahnsinn, oder? Was hier los ist. Ja, dann haben wir noch ein Eurad da stehen. Da kommt noch eine Dieselheizung rein. Das machen wir auch noch. Und dann kriegen wir nächste Woche schon wieder jede Menge neue Fahrzeuge. Da geht es dann auch wieder richtig zur Sache. Dann machen wir schnell wieder zu. Draußen ist es kalt. Der Winter hat wieder vollen Einzug erhalten. Katastrophal. Aber ja, ist so. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte. Vielleicht etwas Neues für Euch. Wir bieten auch an, Gebrauchtfahrzeuge für Euch zu verkaufen. Das heißt, wenn Ihr Fahrzeuge habt, die Ihr verkaufen wollt, können wir die gern zu uns nehmen. Wir haben ab März eine größere Fläche zur Verfügung. Hier gleich eine Straße weiter. Wo wir dann die Autos entsprechend auszeichnen. Exposés erstellen. in mobile.de platzieren. Und dementsprechend anbieten können. Und ja, da könnte man Euch behilflich sein. Was dazu kommt, ist, wir machen dann noch ein Video auf unserem Kanal. Und auch der Camper Tobi würde sich da mit anbinden. Und auch ein Video auf seinem Kanal eventuell machen von den Fahrzeugen. Und dass wir die dann anbieten. Und dementsprechend gut vermarkten und beziehungsweise verkaufen können für Euch. Das wollen wir Euch anbieten. Weil es ist nicht immer ganz so einfach, wenn man das privat verkauft. Ist ein Haufen Aufwand. Viele Leute, viele Termine und so weiter. Wir sind ja eh den ganzen Tag da. Und können das somit eigentlich gut für Euch anbieten. Und dementsprechend umsetzen in Eurem Sinn. Ihr bestimmt natürlich, was Ihr haben wollt. Und wie das vonstatten geht. Und ja, wenn da Interesse besteht, einfach eine E-Mail an uns. Oder uns kontaktieren. Info at mica-caravan.de Oder wie gesagt, einfach durchrufen. Ein paar Bilder schicken. Und dann können wir uns darüber mal unterhalten. Super. In dem Sinn wollte ich Euch das mitteilen. Einen neuen Stand aus unserer Werkstatt. Und wünsche Euch einen wunderschönen Abend in den Norden hoch. Hoffe ich, dass er gut davon kommt mit dem ganzen Schnee. Also es ist Wahnsinn. Ich habe das letzte Video von WCS kurz angeschaut. Wie sie vor ihren Toren den ganzen Schnee wegräumen mussten. Also Wahnsinn, was da runterkam. Also vor allem sind die im Norden. Ihr seid das ja gar nicht gewöhnt. Vielleicht alle 10 Jahre mal. Aber ich hoffe, Ihr habt es bald überstanden. Und wir kommen in wärmeren oder es kommen wieder wärmere Tage auf uns zu. Damit es einfach wieder ein wenig angenehmer wird. In diesem Sinn, Euch alle einen schönen Abend. Bleibt gesund. Und ich freue mich auf das nächste Video, wenn wir uns bald wieder hören und sehen. Macht's gut. Tschüss. もinen geschaut war so. Genauen. Und wir können prixskolodieren. Tschüss. Erstmal. Yay Chin. Jetzt sind wir wieder zum 말씀�est. Ober焦団isch. Vielen Dank.